Ja, hallo, mein Name ist Thomas Schmitz, ich bin der Schulleiter der Hildegard von Bingen Schule. Wir sind eine Schulentleigerschaft des Bistums Trier und sind eine berufsbildende Schule. Wir bilden Sozialassistenten und Erzieher aus. Katholische Schule heißt, dass wir eine Schule sind, in dem Lehrer und Schüler sich auf Augenhöhe begegnen, dass sie gemeinsam die christlichen Werte, die es gibt, dass wir die auch im Alltag umsetzen und dass wir gemeinsam den Weg durch diese Ausbildung gehen. Und gemeinsam heißt einfach, dass die Lehrer, die Lernbegleiter sind und die Schülerinnen und Schüler sich auch so begegnen, dass sie gemeinsam lernen. Denn das ist erst der Start in das Berufsleben und das Lernen in diesen Berufen geht auch nach der Ausbildung weiter. Was mir gut an der Hildegard von Bingen Schule gefällt, ist, dass wir uns kreativ entfalten können. Wir können in Kunst neue Techniken kennenlernen, wie zum Beispiel unsere Salzbilder. In Musik können wir neue Instrumente lernen, werden dabei unterstützt. Und das hilft uns auch, wenn wir dann später mit den Kindern arbeiten, dass wir praktisch die Dinge anwenden können und auch erst mal ausprobiert haben, was wir mit den Kindern zusammen erstellen wollen. Ich habe mich für die Hildegard von Bingen Schule entschieden, weil es eine sehr soziale Schule ist, aber auch eine sehr kleine Schule und eine sehr familiäre Schule. Außerdem finde ich sehr gut, dass hier alle Schüler dementsprechend benotet werden, sehr gerecht benotet werden und keiner eine schlechtere Note bekommt, als er verdient hat. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich finde es gut, dass die Lehrer in der Klasse viele Spiele machen am Anfang. Das hilft halt für den Zusammenhalt in der Klasse an sich. Da fühlt man sich alleine auch nicht abgegrenzt oder als Einzelgänger oder ganz allein, sondern man hat einen schnellen Anschluss zu der Klasse. Man findet sich auch schnell wieder. Also ich habe viele Freunde hier gefunden, die mich so auch akzeptieren, wie ich bin. Und das finde ich sehr gut hier an der Schule, dass so etwas gewertschätzt wird. . ... ... ... ... ... ... ... ...